Moin Leute, und dazu zeige ich euch einen Giftcast to Friends After PSN Patch. Denn Sony hat vor ein paar Tagen ein PSN Update rausgebracht, wodurch der aktuelle Giftcast to Friends so nicht mehr möglich ist. Aber keine Sorge Leute, in diesem Video zeige ich euch eine After Patch Variante. Bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, also würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einen Nachtclub inklusive B1 und B2 Garage. Ihr braucht einen Bunker inklusive MOC. Im MOC im dritten Abteil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und in Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Das bedeutet, wenn ihr diesen Glitch macht, verliert ihr dieses Fahrzeug. Also sollte es am besten ein kostenloser LG sein, den ihr da verwendet. Außerdem braucht ihr auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Optimalerweise hat euer Freund auch das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. Und dieser Glitch muss in einer Einladungssitzung gemacht werden. Und ihr braucht auch noch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp nimmt Preisziel. Den Zielmodus könnt ihr in Storymodus oder im Editor ändern. Habt ihr das Ganze, können wir auch schon mit dem Glitch starten. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in der Einladungssitzung. Seid ihr beide in einer Einladungssitzung, muss euer Freund als erstes sein Handy öffnen, geht auf schneller Job, geht auf Aktivitäten und geht dann runter zu Golf oder Darts. Und geht dann rein und zwar alleine und startet das Ganze. Denn euer Freund muss unten stehen haben, dass die Lobby gefüllt wird. Also das dauert so ungefähr 15 bis 20 Sekunden, bis das da steht. Und dann, wenn das da steht, können wir auch mit dem Glitch anfangen. Denn wenn euer Freund Bescheid gesagt hat, ey jo, da steht jetzt bei mir, Lobby wird gefüllt, können wir jetzt in unseren Nachtclub reingehen. Und zwar in die B1 Garage. Seid ihr in die B1 Garage reingegangen, laufen wir jetzt zum Aufzug. Steht ihr jetzt vorm Aufzug, treten wir jetzt unserem Freund erstmal bei. Denn wir gehen ins PSL Menü, gehen auf die Party. Und ja Leute, hier ist jetzt der Unterschied zwischen vorher und nachher. Denn wir können unserem Freund über Party jetzt nicht mehr beitreten und das ist ja eigentlich unpraktisch, aber nicht schlimm. Denn wir gehen jetzt einfach auf Profil anzeigen, scrollen runter zu aktuelles Spiel, gehen drauf und zack, wir können unserem Freund auch so beitreten. Dauert jetzt halt ein bisschen länger, aber es ist immer noch möglich. Denn wir treten jetzt unserem Freund jetzt bei. In GTA wird sich jetzt die erste Meldung laden, ob ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Und hier drückt ihr Kreis. Wir brechen das Ganze ab. Denn wenn ihr jetzt doppelte Playstation Taste drückt, werdet ihr merken, dass diese Einladung jetzt auf unser Schnellmenü liegt. Wir drücken jetzt nochmal doppelte Playstation Taste, um wieder in GTA zu kommen. Sind wir jetzt in GTA, gehen wir jetzt zum Aufzug und wählen die B2 Garage aus. Und sobald Leute, wir die Amination haben vom Aufzug, drücken wir wieder die doppelte Playstation Taste, treten unseren Freund bei und akzeptieren alle Meldungen mit X. Sprich, ihr müsst X spammen, was das Zeug hält. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr in der B2 Garage spawnen ohne Minimap. Seid ihr in der B2 Garage gespawnt ohne Minimap, wartet ihr mit irgendeinem Fahrzeug einfach raus. Und keine Sorge, Leute, dieses Fahrzeug verliert ihr nicht bei diesem Glütsch. Das bedeutet, es kann wirklich irgendein Fahrzeug sein. In meinem Fall ist es einfach hier in Stanford. Seid ihr mit dem Fahrzeug rausgefahren, fahrt jetzt einfach wieder rein in die B2 Garage. Und Leute, wenn ihr den Glütsch bisher komplett richtig gemacht habt, müsste bei euch jetzt das hier passieren. Ihr bekommt einen richtig heftig verbackten Ladescreen. Und der hört auch nicht mal auf, Leute. Was müsst ihr tun, um aus diesem heftig verbackten Ladescreen einfach rauszukommen? Ihr steigt aus. Ja, Leute, so einfach ist es. Ihr steigt einfach aus, fallt kurz durch die Map und spawnt auf einmal draußen. Und sobald ihr draußen gespawnt seid, Leute, seid ihr ready für den Giftcast 2 Friends Glitch. Denn als nächstes fahrt ihr zu dieser Location, Leute. Und es ist wichtig, dass es genau diese Location ist und nicht irgendeine andere. Denn dieser Giftcast 2 Friends funktioniert nur dort. Ihr könnt jetzt eurem Freund sagen, ey, du kannst jetzt aus der Aktivität rausgehen und komm mal bitte auch dahin. Seid ihr jetzt beide dort angekommen, bestellt ihr euer MOC. Habt ihr euer MOC bestellt, bestellt ihr euer Auto, was im MOC steht, über das Inflationsmenü vom MOC. Währenddessen ihr die beiden Sachen bestellt, kann euer Freund jetzt das Fahrzeug bestellen, was ihr gerne von ihnen haben möchtet. So, habt ihr jetzt euer MOC jetzt so hingestellt, wie ich es getan habe und habt euer Fahrzeug aus dem MOC rausbestellt, steigt jetzt euer Freund in euer Fahrzeug ein. Denn euer Freund muss jetzt auf die Options-Taste drücken, geht auf Online und geht dann auf Criminal Starter Pack. Dann kommt er in diesen Kaufbildschirm für den Criminal Starter Pack. Und wenn er da drin ist, kann er euch Bescheid sagen, jo, ich bin drinne. Dann jetzt fahrt ihr zum MOC und drückt die rechte Pfeiltaste. Werdet merken, dass ihr gefreezed seid und auch einfach nichts machen könnt. Und das wird auch so bleiben. Denn ihr könnt zu eurem Freund sagen, jo, ich bin gefreezed und euer Freund geht jetzt ins PSN-Menü. Und sobald er ins PSN-Menü geht, wird er nämlich aus dem Auto rausgekickt. Ist euer Freund ins PSN-Menü gegangen, seid ihr wieder entfreezed und ihr könnt auch befreund sagen, jo, du kannst wieder zurückkommen. Und euer Freund kann auch die Options-Menü wieder schließen. Ihr fahrt jetzt mit eurem Fahrzeug einfach paar Meter zurück, sodass der blaue Kreis wieder sichtbar wird, wenn ihr zu Fuß steht. Ist der blaue Kreis sichtbar, lehnt sich euer Freund gegen das MOC. Ihr geht jetzt zu Fuß zum MOC, drückt die rechte Pfeiltaste und ganz wichtig Leute, ihr geht auf alleine beitreten. Ihr werdet jetzt einen endlosen Blackstream bekommen. Und wir kommen jetzt aus dem Blackstream wieder heraus. Wir suchen uns jemanden, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir treten jetzt jemanden bei aus unserer Freundes- oder Community-Liste. Haben wir hier jemanden gefunden, der GTA spielt, müssen wir erstmal natürlich testen, ob er einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir treten denen jetzt bei. Die erste Meldung, die sich jetzt laden wird, ist ja die Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Hier drückt ihr gar nichts, Leute. Denn wir treten ihn einfach nochmal bei. Und wenn sich jetzt die Meldung nicht geändert hat, Leute, dann hat er den gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. Aber falls sich jetzt die Meldung bei euch geändert hat, denn bei euch müsste jetzt die Meldung erscheinen, dass ihr euch sicher, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet, dann hat er einen anderen Zielmodus. Und ihr könnt jetzt hier Kreis drücken. Und sobald ihr Kreis gedrückt habt, werdet ihr merken, dass ihr unsichtbar gespawnt seid. Und Leute, ihr seht jetzt auch schon, warum ihr diesen Glitch hier machen müsst, denn ihr spawnt immer bei diesem Schritt genau an dieser Stelle. Aber Leute, jetzt muss es schnell gehen mit diesem Glitch, denn ihr müsst jetzt zum Fahrzeug rennen, was euer Freund bestellt hat, und so schnell wie möglich einsteigen. Und sobald ihr eingestiegen seid, boom, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und das war's auch schon. So funktioniert der Giftcast to Friends after PSN-Patch. Und jetzt noch eine kleine Sache zum Duplikat, was ihr jetzt bekommen habt. Dieses Duplikat ist generell eine dreckige Kopie. Das bedeutet, ihr könnt euch zwar ein Fahrzeug oder theoretisch so viele Fahrzeuge wie möglich von eurem Freund bekommen, aber die sind alle dreckig. Und wenn ihr zu viele dreckige Fahrzeuge verkauft, dann bekommt ihr Probleme. Wenn ihr einfach nur so in der Garage stehen habt, absolut kein Problem. Aber wie könnt ihr denn keine dreckigen Kopien bekommen? Dafür braucht ihr dasselbe Nummernschild wie euer Freund. Und zwar ein benutzerdeponiertes Nummernschild von der iFood App. Sprich, mein Kollege hat das Nummernschild NHW, muss ich auch das Nummernschild NHW haben. Und somit, wenn ihr beide das gleiche Nummernschild habt und das Nummernschild auch auf dem Auto ausgerüstet ist, sollte es keine dreckige Kopie sein. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat, würdet ihr euch übelst vor allem einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, warum nicht? Ihr seht doch, dass es funktioniert. Deswegen, macht's gut, bleibt gesund, euer Wombat. Ciao. Ciao.